ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten video aus der reihe kleines handwerk für den pfeifenliebhaber in meinem heutigen projekt geht es darum dass wir einen kleinen behälter schaffen eine aufbewahrungsmöglichkeit für den ein oder anderen leckeren tropfen dafür brauchen wir gar nicht allzu viel nur ein paar kleinigkeiten und die zeige ich euch jetzt das wichtigste vorneweg ein 5 liter bierfass dann eine ganz normale gewinnestange ich habe hier eine m6 dann brauchen wie ein holzteller holzbrett rund zugesägt am einfachsten macht ihr das ganze mit einem zirkel warum ein zirkel und keinen teller oder ähnliches es geht darum dass wir einen mittelpunkt brauchen und da tut ihr euch mit dem zirkel am einfachsten weil da müssen wir nachher durchbohren und so finden wir am besten die mitte für die größe ist es wichtig dass ihr von eurem behälter den radius ermittelt den raus messen und dann eben entsprechend ein holzbrett zusägt macht wie gesagt mit dem zirkel einfach euren kreis markiert die mitte und kleiner tipp am rande noch sägt mit der stich säge er ein zwei millimeter außerhalb eure markierung und macht den rest mit der feile dann habt ihr das perfekte ergebnis und dann eigentlich zu guter letzt irgendwie einen griff mit dem wir dann hinterher unseren schnaps rausholen können ob jetzt ein holzknauf nimmt oder so wie ich eine öse mit gewinde ist euch überlassen und ja dazu natürlich hat noch ein paar schrauben und muttern passend zur gewindestange die arbeitsschritte mal ganz kurz erklärt wir legen zuerst los mit dem fass da müssen wir den deckel abnehmen als nächstes kommt dann einmal das loch durch die holzplatte und auch durch den deckel den wir abgenommen haben von dem fass hinterher wird dann alles bloß noch verschraubt und dann sind wir fertig da geht es darum dass wir hier eine saubere kante raus flexen das ganze macht am einfachsten mit einem drehmüll oder etwas in dieser richtung das wo ihr wirklich fein flexen könnt weil ja das blech ist wirklich sehr sehr dünn und wenn ihr damit der groben flex rangeht dann reißt euch das ganze aus oder ihr lauft gefahr dass ich hier wirklich dadurch dieses dünne material auf der anderen seite wieder rauskommt und so habt ihr dann wirklich nur die äußere das äußere blech einfach durch geflext sodass dann innen drin kein schaden entsteht ja Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jetzt sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Der Deckel ist abgenommen, der Holzteller soweit nochmal bearbeitet, dass ich hier unten mit dem Forstner Bohrer nochmal eine Vertiefung gemacht habe. Damit können wir die Mutter versenken und der Schnaps hat hinterher einen sicheren Stand auf dem Tisch. Die Gewindestange ist gekürzt und dann brauchen wir zuerst eine Mutter. Dann kommt hier eine Beinaktscheibe. Der Holzteller. Wieder eine Beinaktscheibe. Und Mutter. So, dass wir eben sind. Jetzt können wir fixieren. Jawohl. Steht gut. Dann brauchen wir jetzt wieder eine Mutter. Eine Beinaktscheibe. Unser Deckel. Drauf dann wieder eine Beinaktscheibe. Die kleinen Optimierungen sind abgeschlossen. Jetzt ist alles soweit eben. Das Ganze steht gut. Und ja, das war's. Wir können hier jetzt jetzt befüllen. Und fertig ist das Projekt Schnapsaufbewahrung. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Exemplar hier bei uns in der Garage vom Club der Jungen Pfeifen eventuell einen Platz findet. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.